Der portugiesische Star Cristiano Ronaldo ist auf den Fußballfeldern disziplinierter und ernster, im Privatleben und im Training umso lustiger und lustiger. Und heute werden wir Ihnen die lustigsten Bilder von Cristiano Ronaldo zeigen, die wir aufgenommen haben. 1. Vor dem Viertelfinalspiel der Champions League ist Ronaldo vom Juventus im Tunnel sehr aufgeregt und lustig. Ist das so? 2. Auch hier sehen Sie Ronaldo, der vor dem Spiel im Tunnel lustig wurde. Schauen wir uns diese lustigen Momente etwas genauer an. 3. Der Starfußballer, der nicht stehen kann, hat diesmal mit einem aus der technischen Mannschaft zu tun. Als Ronaldo den Mann mit einer Karte im Mund das Ohr berührte, gelang es ihm, den Mann für kurze Zeit zu erschrecken. 4. Im nächsten Video machte Ronaldo diesen Schritt nach seinem Tor gegen Atletico Madrid. Es ist bekannt, dass dieser Starspieler diesen Schritt vor dem Spiel gegen den Trainer von Atletico Madrid machte. 5. Der Starfußballer, der mit seinen Mannschaftskameraden viel Spaß hatte, macht diesmal einen lustigen Witz mit James Rodriguez, bevor er auf das Spielfeld ging. 6. Der Fußballstar, der auf dem Mannschaftsbus zuging, machte interessante Dinge mit den Kameras, wobei die Stiefel nach ihm geworfen wurden. Wieder einmal zeigte Ronaldo, wie spaßig er ist. 7. Ronaldo, der ein lustiger und unterhaltsamer Spieler ist, kann manchmal auch lustig werden. Genau wie in diesem Bild, wo der Boden in einem Spiel heilig war und zu Boden fiel. 8. So wurden die angenehmen Momente von Ronaldo mit seinem besten Freund, Marcelo, der während seiner Zeit bei Real Madrid zum Training kam, in den Kameras wiedergespiegelt. 9. Ronaldo, der sich auf sehr coole Art und Weise darauf vorbereitet, aus dem Mannschaftsbus auszusteigen, findet sich fast auf dem Boden wieder, als er an der Treppe des Buses stürzt. Glücklicherweise hatte er die Situation gerettet und ist wieder weiter unterwegs. 10. Dieses Mal hat Ronaldo es mit dem Ausstatter zu tun. Das war die Reaktion auf den Materialisten, der das Trikot von Sergio Ramos statt seines eigenen gab. 11. Auf dem nächsten Bild versteckt sich Ronaldo, der nicht aufhören kann, ohne sich mit Marcelo auseinanderzusetzen. Nach dem Spiel hinter seinem Mannschaftsbus und erschreckt seine Freunde. 12. Ronaldo bei der Arbeit. Während der Zeit, in der er bei Real Madrid spielte, konnte Cristiano Ronaldo seine Augen nicht von der schönen Gastgeberin in der Organisation abwenden, in der die Firma Audi den Spielern von Real Madrid Autos zur Verfügung stellte. Die lustigen Momente spiegeln sich in der Kamera wie folgt. 12. In der Zeit, in der er bei Real Madrid spielt, war es sehr schwierig, das Trio Ronaldo, Rodriguez und Marcelo zu stoppen. So ging das Trio häufig miteinander um. Dieses Mal reflektiert es sich in den Kameras. 14. Interessante Bewegungen von Ronaldo und seinen Mitspielern können Sie auf diesen Bildern, die von Trainingskameras von Real Madrid eingefangen wurden, sehen. 15. In diesen Bildern werden Sie wieder einmal Zeuge der lustigen Seite von Cristiano Ronaldo, der Fußballspieler, der im Mannschaftsbus wartet, spielt ein kleines Spiel mit den Kameras. 16. Ronaldo, der in seinem Haus vor der Kamera steht, ist kurzzeitig erschrocken, als jemand vorbeikommt. 17. Diesmal wurde Ronaldo von den Kameras mit dem Training und dem Spaßtanz der portugiesischen Nationalmannschaft eingefangen. 18. Auf den nächsten Bildern werden Sie Zeuge der lustigen Momente, in denen Ronaldo Junior versucht, seinen Vater zu erschrecken. 19. Ronaldo ist bekannt für seine Witze und lustigen Bewegungen im Training, wo wir immer seine ernste und disziplinierte Seite auf der grünen Wiese sehen. Auf dem nächsten Bild sehen Sie einen Witz von Ronaldo Wachmann. 20. Ronaldo, der Tausende von Fans in der ganzen Welt hat, nahm an einer Fernsehshow in China Teil. Der Starfußballer, der sich während der gesamten Sendung aufrichtig verhielt, beeindruckte die Chinesen. 21. Ronaldos bester Freund zu Zeiten von Real Madrid, Marcelo, kann die Wasserflasche am Spielfeldrand bei einem Spiel nicht öffnen. Ronaldo kam Marcelo zu Hilfe und dieses entzückende Bild erschien. 22. In dem Bild, das im Training von Juventus aufgenommen wurde, zeigt der portugiesische Star noch einmal allen, wie viel Spaß er mit seinen Bewegungen hinter dem Reporter hat. 23. Sie werden Ronaldo beobachten, der wieder interessante Tanzfiguren zeigt. In den Bildern aus dem Training tanzt der Fußballstar mit seinen eigenen Figuren. 24. Ronaldo, der mit seinem Teamkollegen, Dybala, im Juventus-Training arbeitet, wirft diese Kamera hinter seinen goldenen Mannschaftskameraden her. 25. Gehen wir zurück zu Ronaldos Jugend. Bei diesem urkomischen Zwischenfall im Trikot von Manchester United versucht der Fußballstar, das Interview seines Teamkollegen zu sabotieren. 26. Sie haben anhand der Bilder, die sie bisher gesehen haben, verstanden, wie witzig Ronaldo im Training war. Bei einem Training in den vergangenen Jahren ist Ronaldo wieder bei der Arbeit. Ronaldo, der mit seinem Teamkollegen in der Mitte des Spielfelds zu ringen begann, wurde in den Kameras reflektiert. 27. Der portugiesische Star, der im Mannschaftsbus auf die Liebesspiele der Fans trifft, begrüßt die Fans, die ihn sehen sollen, indem er das Fenster öffnet. 27. Ronaldo und Marcelo stehen sich wieder gegenüber. Die beiden, die während des Trainings alle unterhalten haben, mussten nach Ronaldo zu Juventus gehen. 29. Auf diesen Bildern, die im Privatflugzeug des Stars aufgenommen wurden, tanzt der Juventus-Fußballer mit seinen engen Freunden. 30. Auf diesen Bildern sehen Sie den lustigen Witz gegen Ronaldo. Hier ist der lustige Witz, der dem Fußballstar kurzfristig Angst macht. 31. Auf diesen Bildern, die Ronaldo von seinem eigenen Instagram-Account austeilt, können Sie das unterhaltsame Spiel des Fußballstars in seinem eigenen Haus sehen. 32. Trotz seinen fortgeschrittenen Alters scherzt der Fußballstar, der seine erfolgreiche Leistung im italienischen Klub Juventus fortsetzt mit seinem Teamkollegen Mario Manzuki in einem Tunnel vor dem Spiel. 33. Ronaldo, der mit seinem Telefon in seiner Garage schießt, teilt seiner Luxus-Autosammlung mit seinen Anhängern. Ronaldos Glück in diesen Momenten ist von allen Seiten sichtbar. 34. Als nächstes kommen Ronaldos erstaunliche Fähigkeiten. Ronaldo, der zu Hause eine kleine Show mit den Früchten hat, wird im Internet schon lange mit diesen Bildern angesprochen. 35. Ronaldo macht mit diesen Aufnahmen einen Witz, der jeden über seinen besten Freund Marcelo zum Lachen bringt. Ronaldo, der die Kreditkarte, die er in den Händen halten sollte, auf Marcelos Haar versteckt hat, brachte mit dieser Begegnung alle zum Lachen. 36. In diesem Bild, das Ronaldo im Trikot von Real Madrid aufgenommen hat, scherzt der portugiesische Star mit seinem Teamkollegen Garrett Bale. 37. Der Fußballstar setzt seine lustigen Bewegungen während des Trainings fort und wird erneut von der Kamera erfasst, während er mit seinem Teamkollegen scherzt. 38. Auch in diesen Bildern, die während des Juventus-Training aufgenommen wurden, flog der portugiesische Star wie ein Superheld an den Kameras vorbei. 39. Der Fußballstar scherzt nun auf den Bildern, die sie sehen werden, wieder mit seinem engen Freund Marcelo. 40. Auf diesen Bildern, die während des Juventus-Spiel aufgenommen wurden, putzt der portugiesische Star seinen eigenen Stiefel. 4032. 41. 41. 41. 42. 47. 42. 44. 44. 45. 15. 46.